Stefan Lichtsteiner ist ein Schweizer Fußballspieler. Er steht bei Juventus Turin unter Vertrag und wird meist als Außenverteidiger oder im rechten Mittelfeld eingesetzt. Karriere Seine Karriere begann Lichtsteiner beim FC Art Liegenswil, der unter anderem von seinem Vater mitbegründet wurde, und wechselte 1996 als C-Junior zum FC Luzern. Im Sommer 2000 ging der Abwehrspieler zum Gresshopper-Club Zürich, bei dem er größere Chancen auf einen Durchbruch als Profifußballer sah. Diesen schaffte er unter Trainer Marcel Kula und wurde 2002-03 Schweizer Meister. 2004 schloss Lichtsteiner seine Lehre als Bankkaufmann erfolgreich ab. Auf die Saison 2005-06 wechselte er zum französischen Erstligisten OSC Lille und unterschrieb einen Vertrag über vier Jahre. Im Jahr 2008 wurde Lichtsteiner zu Lazio Rom transferiert, um dort seinen Landsmann Valon Berami zu ersetzen, der zuvor seinen Vertrag aufgelöst hatte. Er wurde schnell zum Stammspieler auf der rechten Abwehrseite und kam so in drei Jahren zu 100 Ligaspielen in der Serie A. In seiner ersten Saison für die Römer gewann er unter Trainer Delio Rossi die Coppa Italia und den italienischen Super Cup. Anfang Juli 2011 wurde Lichtsteiner für eine Ablösesumme von 10 Millionen Euro zum Rekordmeister Juventus Turin transferiert. Er erhielt einen Vertrag für vier Jahre bei den Turinern. In seinem ersten Ligaspiel erzielte er beim 4-1-Sieg gegen den FC Parma seinen ersten Treffer für seinen neuen Arbeitgeber. Zugleich war sein 1-0 das erste Pflichtspieltor im drei Tage zuvor eingeweihten Juventus-Stadium. Nationalmannschaft Lichtsteiner war Schweizer U21-Nationalspieler und gab sein Debüt in der A-Nationalmannschaft unter Jakob Kuhn am 15. November 2006 beim 1-2 im Freundschaftsspiel gegen Brasilien Bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 der Heim-EM der Schweizer wurde er erstmals bei einem großen Turnier ins nationale Aufgebot berufen und stand bei allen drei Gruppenspielen in der Startelf. Sein erstes Tor für die Nationalmannschaft erzielte er im letzten Spiel der EM-Qualifikation. Erfolge Gresshopper-Club Zürich Schweizer Meister 2002-03 Lazio Rom italienischer Pokalsieger italienischer Supercupsieger 2009. Juventus Turin italienischer Meister italienischer Supercupsieger italienischer Pokalsieger